Hallo meine Freunde, es ist auch wieder hier mit Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword. Wir wollen anfangen, indem wir erstmal wieder hier rausgehen. Wir haben beim letzten Mal, was jetzt schon etwas her ist, das nächste Lied gelernt und wollen jetzt dieses auch einsetzen. Den wollen wir uns ja nicht aufstellen, aber dann muss ich jetzt mal hinbeißen. Na komm, lass mich in Ruhe. So, ich kann immer kurz erkennen, wenn der Händling war, wo ich ja letztendlich aufgenommen habe, dass ich zu einem Darm, dass ich, sag schon, halt wenig Zeit hatte und ich habe viel Xenoblade Chronicles aufgenommen. Sehr viel. Sehr, sehr viel. Ich glaube über 6 Stunden. Ich habe noch für die nächsten, wenn ich nur Xenoblade Chronicles aufnehmen würde, ich glaube für die nächsten 25, 30 Tage Videos. Gott. Weg. Ja, wir müssen eigentlich in die Wüste. Das wäre da rechts. Ja. Aber da. So. Ich will einmal nochmal kurz in die Stadt und gucken, ob irgendwo ein Side-Quest in der Nacht da ist. Und das war knapp. Was ist das denn mit den Stürmen hier? So. Wir landen auf der Statue. Ja. Abwehrs. Und es lag ein bisschen. Das kann am Anfang passieren, wenn ich aufnehme. Aber es sollte sich gleich lagern. Ja, ja. Immer schön den Pfarrer schön bereithalten. Wollen wir nochmal gucken, steht hier irgendwer? Nein. Ich werde bestimmt nicht alle Side-Quests finden, die es hier gibt in dem Spiel, aber wir wollen ja so viele wie möglich finden. Ich habe im Übrigen nichts gemacht seit dem letzten Mal, was ich eigentlich gesagt habe, dass ich irgendwas mache. Was ich dann doch nicht getan habe. Hm. Egal. Das war falsch. Hau dir. Das Zeug wieder weg. Brauchst du jetzt nicht. Steht hier irgendwer? Du sagst nur was mit dem Training. Na, hallo. Wasser. Ja. Ist okay. So, ihr habt nichts. Ihr habt keinen Sprechblässe über den Kopf. Soll ich noch die Schuhe durchsuchen? Ach komm. Lassen wir mal. Wenn ich was verpasst. Da komm ich nicht runter. Wenn ich was verpasst. Ist es ja auch nicht ganz so tragisch. Ich habe ja nie gesagt, dass ich das Spiel zu 100% spiele. So, die Wüste. Der Wüste. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das mit dem Bug, den habe ich ja behoben. Also, den Bug, den es in dem Spiel gibt. Wenn man die Lieder in eine bestimmte Reihenfolge holt, gibt es einen Bug, dass man nicht weiterspielen kann. Aber der ist ja zum Glück behoben worden mit einem Online-Patch, den ich mir gezogen habe. Also, sollte das hier eigentlich gehen. Das war auch die Wüste, ne? Ja, das sieht gut aus. Wenn ich jetzt noch ein bisschen schneller fliegen würde. Jo, das ist die Wüste. Auf geht's in die Wüste. Aber wo kann ich... Äh, ja. Hm. Das ist ein Moment. Äh. Kann... Ist das da der... Punkt, wo ich hin muss? Ja, erstmal schon. Aber da oben rechts blinkt noch irgendwas. Warum auch immer. Ich sollte doch in die Wüste. Moment. Das ist ein Checker-Map. Ja. Wir sind ja da, ne, wieder angekommen. Such mit der Aussuche. Nach dem Eingang zum Profil, die du bestehen musst, um die Heilige Fange zu halten. Moment, ich will sie auch kurz was fragen. Äh, nächstes Ziel. Äh, das ist von Unusgleich. Drei Heilige Flammen. Äh, Leine Empfange. Stell dich zum nächsten Profil. Wer wüsste auch nicht? Ja. Genau. Ja, uninteressant. Vier Minuten Spielzeit. 18 Stunden insgesamt. Lame. Ähm. Ja. Auch was. Nein. Auch was. Ich hab auch gesehen, das mein... Ja. Da hinten irgendwo. Ähm. Map. Wir durchsuchen die Wüste. Durchkämpft die Wüste. Die ganze Wüste soll durchkämpft werden. Äh, ja. Ist aus einem Film, der sehr witzig ist. Ähm. Na du? Geh weg. Geh weg. Ja, 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 ja. Äh, Bombies. Ich hätte den anders hinlegen sollen. Eickwall. Was zur Hölle? Warum bin ich Chief? Geil. Ähm. Ähm. Oder muss ich... Ja. Ich bin ein Idiot. Weg. Ja. Ach, scheiß auf den Rubin. Ich bin ein Elektro-Plop. Oh, Arsch. Oh, Arsch. Geh weg. Alter. Kann ich die mit irgendwas anderem... Ähm. Nein. Wo ist die Peitsche? Ach, Mann. Ha. Siege. Ach, du Scheiße. Ich aktiviere das hier mal. Ja. Leck mich doch. Äh, geht das Ding so auf? Nein. Natürlich nicht. Warum auch? Ja. Geh weg. Einmal hier durch. War das richtig? Verflucht. Ich weiß es gerade nicht. Äh, ich glaube fast nein. Äh, ist doch ab. Moment. Moment. Mia verwirrt. Muss ich da? Ach so. Ja. Komm aber ganz kurz. So, du gehst da rein. So, die Karte gucken. Okay. Geh weg. So. 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 Hey, da, hey, da, hey, da, komm. kann ich hier mit der nicht weit genug nein 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 warum hab ich hier durchgelocken, warum hab ich die statue nicht benutzt? die statue benutzen, dann ist das richtig die nüsse bitte reiche, bitte reiche, das reiche nicht, das reiche nicht, ich bin tot ok, es fängt gut an, man merkt vielleicht, dass ich schon ganz lange nicht mehr gespielt habe da hinten sind Moblins ähm gut oh god geh weg das ist scht hier wo in So. Schön. So. Machen wir mal. Na super, ich hab die... Frucht kaputt gekriegt. Egal. Uidududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud ganzen Rätsel hier wahrscheinlich normal lösen, ne? Ja, ich bin ein vollidiot. Warum hab ich den Stein nicht benutzt? Äh, den Ding jetzt. Ach, der sagt nix. Ja, du. Du bist super gefährlich. Äh, ja. Wir nehmen mal das. Das war voll daneben. Reicht aber. Sehr gut. So, so. Ja, ja, ja. Du da an der Decke. Kann ich? Nein, kann ich nicht. Ich sollte vielleicht das hier ziehen. Nein. 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 Geh weg. Danke. Oh. Sieh an. Nee, brauche ich noch eine Ionenblume. Sehr gut. Da habe ich nämlich keine mehr. Da habe ich noch eine Ionenblume. Ähm. So. Brauche ich nicht. Ähm, das war nur... Das kann ich nicht mehr, was bin da drin. Na gut. Warum kämpfe ich gegen die? Nein. Hat er nix gebracht. Die, die, da, da, da. Wegen. Ja. Und rein. Aber es ist vielleicht auch ganz gut, weil ich das so mache. Aber so komme ich wieder ein bisschen in das Spiel hinein. Und guck jetzt mal, wo... Sind hier Schmetterlinge. Schauen wir mal. Ich speichere mal kurz ab. Nein. Ich habe es auch. Mal was so. Ist einfacher. Da. Speichervorgang. So. Wo könnte hier irgendwo die Prüfung sein? Hm. Auf andern Seite. Darüber. Da ist auch nichts. Ich jetzt, äh. Da ist eigentlich nichts. Äh. Die kannst du wieder wegstecken. Guck mal, lieber was. Nein, nein. Was ungefährlicheres da rein. Kann ich eigentlich? Nein, das bringt mir gar nichts. Ah, drüben irgendwo. Ach nein, das war Fatsch. Da vorne. Nein. So. Das ist so ein dicker Moblin. Oh Gott. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Ich bin sowas von tot. Wer da irgendwo... Ja, himmlich. Super. Sehr gut. Hat der vergessen, dass ich da bin? Egal, der kriegt jetzt einfach mal hier. Vollidiot. Hä, da stört mich jetzt was da oben. Ach, was ist denn da? Oh Gott. Dämlicher Vogel. Da drüben haben wir... Drecksviecher. So. Aha. Na bitte, geht doch. Auf die nächste Panikprüfung. Ich hab mich bei letztem Jahr schon so gut angestellt. Na ja, ich hab's zu tun. Amen. Stoß das Schwert in das Symbol und stell dich der nächsten Prüfung an. Okay. Na, das wird lustig. Los geht's.